Guten Abend, Leute! Guten Abend! Ich kenne euch, und viele Grüße aus Freiburgischen, und meine Damen und Herren, es ist ein Abend, Leute, wo jemand hier kämpft, seinen 100. Kampf beschreibt, und ich glaube, er hat dieses Ding, das sich jetzt an der Bühne hier steht, wie ihn, hat er nur verdient. Denn er macht es nicht nur in unserem 100. Kampf. Er macht seinen aufreichenden, entscheidenden Kampf heute. Ich begrüße heute Abend, da dieser Mann auch, der uns promotet hat, und mit unserer Musik eingelaufen ist. Und deswegen fühle ich mich geehrt, hier zu sein und Ihnen anzusagen. Markus Fückner, heute Abend! Sie können uns stehen! singen Sie bitte! Sie können uns stimmen! Sie können uns stimmen, Sie können uns stimmen uns! alle vehicle dranbleiben! Es ist toll, Sie können uns zum ersten Mal zu spielen, Sie können uns mit dem Der Kampf wird morgen vorzeitig beendet werden. Ich glaube nicht, dass wir über drei Runden gehen. Wenn, dann wird es die Kondition entscheiden, aber das werde ich nicht hoffen. Bei Philipp Griebler, ein Kollege von mir aus Offenburg, der selber MME macht, habe ich Bodenkampf trainiert. Und beim anderen Kollegen im Vorzeit oben, der Siegler Stefano, der ist ein bisschen grob. Da haben wir dann den Ring und andere Sachen ausprobiert. Meinem Gegner rate ich, morgen zu Hause zu bleiben. Das Einste, was er mit nach Hause nimmt, ist eine Getränkedose von mir, aber kein Gürtel. Ich habe vor 20 Jahren verpasst, mit Fuckner seinen Kampf zu sehen, wo die Onkels schon damals angereist waren, zertritt. Und ich habe es halt nicht geschafft. Und jetzt sind 20 Jahre vergangen. Und jetzt können die anderen nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich dahin. Und jetzt sage ich mir, er hat es verdient. Ein Mann, der so supportet und so mit Onkels auch sein Leben lang in den Ring steigt. Ja, mit der Hymne, egal welche. Sag ich ganz ehrlich, das hat es verdient. Und die Ehre möchte ich mir an erweisen. Und das hat er verdient. Wie als sie in der Richtung Gone an den Ring steigt. Und das ist ein Punkt. Wie die Vögel gerne in den Boxenholz. Was soll ich hören, was da auf mich steht. Egal das Scherz in der Oberstädte. Egal das Schöne und die Oberstädte. Ich frag mir, da kommt man Freude an was da auf mich dran. Zunächst die ganze Nacht. Zunächst die ganze Nacht. Zunächst die ganze Nacht. Zunächst die ganze Nacht. 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 Applaus 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 Rund 2 Applaus 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 Und damit, in seinem einhundertsten und letzten Kampf, bei dem BG-Zimmerstein-Bizit-Meister, zweites BG-Badius von Bauer! Und der letzte Runde war die BG-Zimmerstein-Bizit-Meister, so meine Damen und Herren, nachdem der Markensitz in Kürtel war, wo ist die Ante? Ja. Kennt ihr uns noch was sagen? Kennt ihr mir noch was sagen? Noch einiger Satz. Ja, das geht jetzt. Kürtel schmerzlos, oder? Kampus! Für Neue! Kürtel Schmerzlos! Kürtel Schmerzlos! Kürtel Schmerzlos! Untertitelung des ZDF, 2020